Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu The Long Dark. In der letzten Folge haben wir ja einen Wolf erlegt und wir haben 8 Uhr. Der Durst ist hoch, das heißt bevor ich unsicheres Wasser trinke, gehen wir mal los und versuchen noch irgendwie was zu finden. Und Nebel, verdammter Mist. Ich kann mit der 4, da muss ich meine Hand mehr hinhalten, kann ich Fleisch droppen. Das heißt, wenn mir ein Wolf entgegenkommt, lege ich ihm die Reste von einem Artgenossen hin. Da ist er, der Wolf, den ich in der letzten Folge erschossen habe. Es tut mir leid, Wolf, aber... Ein fairer Kampf war es zwar nicht. Ich glaube, ich gehe hier über den Pass. Beziehungsweise, ja, ich gehe mal hier hoch. Eine Karte gibt es ja noch nicht, die kommt dann erst in der finalen Version. Soll angeblich die Woche, an der hier diese Folge läuft, erscheinen. Ah, da liegt noch jemand. Und du hast jetzt Purification-Tapets für mich dabei. Lantern-Fuel. Ein Schal. Und das war's. So, hier bin ich vorbeigelaufen. Warum guckt denn hier mir diese Musik? Ich gehe mal weiter mit dem Berg rüber. Vielleicht finden wir ja noch was, was wir nicht kennen. Wie gesagt, ich habe es in der letzten Folge schon erwähnt, oder in der vorletzten Folge. Ich habe mich nicht damit gespoilert, mir eine Karte anzugucken. Scheiße, es ist richtig kalt. Wir haben Durst. Wir haben einen Baumstumpf. Redfall-Area. Das ist kaputt nach Haus. Ich glaube, ich bin von da hinten gekommen. Selbst wenn ich jetzt ein Reh finden würde, würde ich mir das nicht allzu viel nutzen. Denn ich bin noch weiter überladen. Ich brauche so dringend diese Purification-Tablets. Beziehungsweise ich brauche eine Zeitung, um Feuer zu machen. Und dann könnte ich das auch mit Abkochen versuchen. Freezing. Verdammt. Scheiße, ich kann nichts dagegen machen. Ich kann mich nicht wehren, sozusagen. Komme ich hier hoch? Fuck, ich erfriere. Deswegen werde ich auch ganz schön langsam. Ich will jetzt nicht erfrieren, ich habe nur drei Schuss. Jetzt geht es irgendwo warmer. Nee, hier ist Ende oder was? Okay, hier geht es hoch. Wie groß ist diese Scheiß-Möpp und wo bin ich überhaupt? Scheiße, da sind die Bahnschienen. Sagt jemand, ich könnte in die... Sagt jemand, ich könnte in die... Ja, 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 ja. Ich könnte in die... In die Container rein. Fuck. Ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Oh, fuck. Okay, wir probieren das jetzt mal mit dem Fleisch. Oh, fuck. Fuck, 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 fuck. Freezing, freezing und fünf Prozent und... ...den hat das Fleisch nicht interessiert. Scheiße, wo bin ich denn hier? Bloodloss. Apply Bandage. Infection risk. Ach, jetzt sag ich mir das gar nicht mehr an. First Aid. Bandage. Ach, das ist jetzt das Rote. Okay, das muss man ja wissen. Antizept. Fuck. Ich stand doch ganz gut da. Ich will zum Wasserwerk oder keine Ahnung. Befürchtung, dass ich ganz am Ende erschienen war und eigentlich nur in die Hütte rein hätte müssen. Scheiße. Ich will nicht verrecken. Was ist denn das? Was ist denn das? Damit könnte ich Feuer machen. Damit könnte ich Feuer machen. Aber... Fuck, warte mal. Ich habe da so eine Idee. Komm, steh auf. Ich glaube, wir sind unterhalb des Staudamms. Was denn? Hier ist doch nix. Oh, fuck. Kacke. Was, 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 was? Was ist denn jetzt schon wieder? Take Painkillers. Fuck, ich muss hier irgendwie hoch. Was ist denn hier? Ne, das ist eine Steilwand. Das kann es nicht sein. Ja, ja, genau. Und müde werden. Bleib wach, Junge. Bleib wach. Bitte, lass mir eine Hütte finden. Ich habe was zum Anzünden vom Feuer. Ich muss nur irgendwie eine Feuerstelle finden. Oh nein. Da zählt schon der Timer runter. Wo bin ich denn hier? Wo bin ich denn hier? Fast gefrorener Wolf. Nein. Ich bin im Kreis gelaufen. Aber ich schaffe es. Ich bin im Kreis gelaufen bei diesem Schneesturm. Bitte. Nein. Aber ich habe was zum Feuer anzünden. Äh, falsch. Fuck. Ich bin einmal im Kreis gelaufen. Aber ich habe was zum Feuer anzünden gefunden. Ich meine eigentlich. Ja, 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 ja. Nein, ich habe nichts zum Feuer anzünden. Fuck. Warum? Nein, ich habe keinen Tinder. Oh, nee. I cannot fire in this. Hier muss doch irgendwie noch eine Zeitung sein, oder? Oder Klamotten. Ich kann doch noch mal auch Klamotten zum... Nein. Ach, fuck. Nein. Kann ich hier draußen Feuer machen? Aber noch nicht, finde ich, nenne ich... Hier. Wie Tinder. Nein, da kann ich nichts harvisten. Forgewood. Es wird alles so still. Ich gebe mich einfach dem Tod hin. Oh, mir ist scheiße kalt. Ich will nicht sterben. Hier, so ein paar Bücher. Ich kriege doch irgendwie ein Feuer an. Verfickte. Okay, pass auf, ich probiere mal. So, pass auf. Guckt. Kalorien reinhauen. So, mir ist immer noch kalt. Scheiße, ich bleibe hier drin. Okay, mir ist nur kalt und ich bin müde. Mit dem Wasser, das hat ganz gut hingehauen. Dann nehmen wir hier das Wasser jetzt raus. Das Wasser. So viel zuerst habe ich gar nicht. Ich bin eigentlich nur müde. Ich brauche mir noch irgendwas rein. Das Military Cade ist fast zu hoch. Den Energy Bar. Wir kriegen das hin. Alles wird gut. Handy Bar. Okay, was haben wir denn noch? Beef Jerky. 350. Okay, jetzt haben wir Durst. Scheiß drauf. Entweder jetzt, äh... Okay, uns ist es cold. Okay. Dann. Okay, wir haben 10, 11. Bis 16 Uhr werden wir schlafen. Guck mal, wird das überleben? Scheiße, ich brauche irgendwie Holz und ich bin im Kreisgerand. Ey, wenn ich jetzt wach bin und es nicht hell ist, ich muss irgendwie was finden noch. Sieht gut aus. Wir haben immer noch Durst. Scheiße, was brauchen wir? Antipodika. Ja. Er kündigt es ja schon an. Antipodika. Scheiße. Ich habe mich da noch vergiftet. Eben hat es noch ganz gut hingehauen. Wir haben kein Antipodika. Wir haben kein Antipodika. Wir haben kein Antipodika. Okay, wir sind krank. Wir brauchen Antipodika. Okay, ich muss nochmal los. Wir haben 17 Uhr. Quatsch. Tools. Drei Schuss. Bitte lass es draußen nicht schon wieder stürmen. Scheiß doch die Wand an. Eben war es doch noch hell. Okay. Nochmal im Sturm raus. Ihr Lieben, ich weiß nicht, ob ich das jetzt schaffe. Ich meine, hier sind überall Äste. Ich kann Socken verbrennen oder was weiß ich. Habe ich hier was übersehen? Da oben liegt auch nichts. Ne. So, wir laufen jetzt mal in die Richtung. Wenn man nichts sieht, ist es noch schwieriger, sich in dem Spiel zu orientieren. Hä? Mir geht's gut. Bin ich schon tot? Wenn jetzt ein goldenes Licht kommt, weiß ich Bescheid. Okay, ich bin jetzt von der Hütte gerade aus, dann links gelaufen. Und es ist auch ständig ein Schneesturm. Es könnte ja auch mal ein bisschen ruhig sein. Hier mal hoch. Warte, da kommen wir doch her. Ach, so eine Hütte. Ach nee, das ist diese abgebrochene. Da war auch nichts drin, gell? Da ist ein Ofen. Oh man, dieses Spiel, das macht mich wahnsinnig. Ich brauche irgendwoher was, wo ich einen Ofen mit ankriege. Dann könnte ich bestimmt Wasser abkochen. Das habe ich nur verrafft. Okay, hier sind die Bahnschienen. Das heißt, ich könnte... Okay, der ist geflüchtet. Ich könnte an den See hinten gehen, aber ich weiß gar nicht, was auf der anderen Seite ist. Ich glaube, da war ich noch nicht. Es hätte ja sein können, dass ich hinten an dem See noch irgendwas nicht gelootet habe. Ach, ich kam von da hinten. Hier bin ich am See. Habe ich hier vielleicht irgendwas übersehen? Habe ich irgendwo... In den Schubladen habe ich was nicht gelootet, hieß es. Nein! Empty, empty, empty. Steht ja auch da. Verdammte Scheiße. Empty. 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 Scheiße, die Wand an. Empty. Ich brauche nur ein bisschen Holz. Na ja, schon wieder kurz vor sechs. Das Ding habe ich komplett gelootet. Vielleicht ist hier oben noch was. Empty, empty. Empty. Okay, hier ist nichts mehr. Meine einzige Chance besteht darin, hinten an den See nochmal zu gehen. Und zwar hinten durch war noch eine Hütte. Meine letzte Chance. Ich sehe es halt an der Ferne nicht, ich hoffe, dass ich, wenn ich mich am See halte, hinten auf dem Hütte drauf zulaufe. Jetzt könnte ich ruhig mal so einen Hirsch irgendwie doch erlegen. Oder ich kann das für Wolfsfleisch irgendwie braten. Ich erkenne auch nichts bei diesem Pisswetter. Ihr kriegt mich nicht klein. Okay. Freezing, ja. Oh. Super nett. Oh, der Sturm hört auf. Da hinten sind auch noch drei Hütten. Und da ist auch nur eine Einzelne. Die gehe ich jetzt als erstes ab. Das hat ja gerade geknallt. Nix. Okay, ich glaube, sonst muss ich gleich nochmal eine Laterne rausholen. Komm, lauf mal ein bisschen schneller, Junge. Habe ich das schon alles? Scheiße, das habe ich schon alles abgelaufen. Na gut, ich spiele ja auch schon eine Zeit lang. Irgendwann hat der Wind aufgehört. Hm. Hier war ich, glaube ich, auch schon drin. Nichts mehr drin. Ist kalt. Okay. Habe ich die schon? Aber in der Hintern habe ich gestartet, meine ich. Die noch und die drei am See. Und dann habe ich es auch bald hinter mir. Brennholz ist so wichtig. Empty, 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 empty. Da ist nichts drin, gar nicht. Ja, ja, halt die Fresse. Ja, nur mal hinlegen. Mir ist so kalt. Und ich sehe das Licht. Ich gehe ins Licht. Scheiße. Ich muss mich hinlegen. Aber erst muss ich hier die Hütten abgehen. Bitte, 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 bitte. Lass doch irgendwo Holz drin bleiben. Nix. Nix. Ja, aber Holz wären wir lieber. Feuerwehr. 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 Muss versuchen. Okay, mein Durst-Gehen eigentlich. Falls ist das Problem. Ne, Firewood habe ich ja. Ich brauche ja Tinde. Ach, scheiß die Wand an. Ich brauche Tinde. Irgendwas zum Anzünden. Bitte, lass hier irgendwas zum Anzünden drin sein. Tinderplug. Tinderplug. Und ein Newspaper. Freunde der Nacht, ich habe noch eine Chance. Ich habe noch eine Chance. Okay, cold. Scheiß drauf. Ab zurück zu meiner schönen Hütte, weil draußen penne ich bei dem Wetter nicht. Oh, das gibt eine etwas längere Folge, aber ich werde es schaffen. Ich werde es schaffen. Bitte, 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 bitte. Fast forward, fast forward. So, ich bin tired. Aber es geht noch. Mir ist kalt. Man, sprint doch mal ein bisschen. Ich bin wahrscheinlich total überladen, oder? Naja, genau. Ich bin exhausted. Scheiße, 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 scheiße. Nein. Okay, pass auf. Equipment. Keine Ahnung. Meine Finger fühlen knacken. Okay. Ich muss mich hier... Da ist auch ein Hirsch. Fuck. Fuck, fuck, fuck. So viel zu tun und... Nein, ich könnte jetzt... Okay, ich muss jetzt schlafen. Ich muss jetzt draußen schlafen. Ich schaffe das nicht bis dahinter. Ja, 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 ja. Du machst jetzt hier erstmal Feuer, mein Freund. Start Feuer. Oh, nee, echt? Ich hätte einen Accelerator füllen sollen, wenn es jetzt... Nein! Ich werde sterben. Scheiße! Nein, ich... Okay. Nein! Nein! Hunger. Ich muss noch schnell was essen. Dann lege ich mich hin. Und hoffe, dass ich die Nacht überlebe. Military. So. Durst. Scheiß auf Durst. Ich penne jetzt sechs Stunden und werde wahrscheinlich frieren. Ihr Lieben. Eine etwas längere Folge. In der ich... Bloodloss, Bandage und Antisept. In der ich in der Nacht angegriffen werde. Und ich habe mir jetzt immer noch... Elend. 23 über Bedroar. Komm, sechs Stunden. Ich fahre das jetzt raus. Ich fahre das jetzt raus. Ich werde wahrscheinlich sterben und... Ähm... Meine Folge Sandbox oder der Story. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss.